Sandra und ich sprechen schon seit vielen Jahren auf dem Weltwirtschaftsforum hier zusammen und wissen mit Prognosen aus Davos, ist das so eine Sache? Aber in diesem Jahr hat man den Eindruck, es scheinen sich ganz, ganz viele einig zu sein, Donald Trump wird wieder ins Weiße Haus einziehen. Wie siehst du das? Ja, wenn ich hier mit CEOs spreche und ihnen sage, dass ich denke, wenn heute Wahlen stattfinden würden, dann würde Biden knapp zwar, aber er würde gewinnen, dann sind die immer ganz erstaunt, weil der Konsens hier zu sein scheint, dass Trump das Rennen machen wird. Aber ich glaube, dass diese Prognose ist mit Vorsicht zu genießen. Die Medien und auch die Meinung, die herrschende Meinung hat sich auf ein Narrativ eingeschossen. Und das ist dann, irgendwann dreht sich diese Denkspirale um sich selbst und dann ist es sicherer, mit der Herde zu schwimmen. Weil wenn nachher der andere gewinnt, dann kann man sagen, ja, das hat ja keiner gewusst. Alle haben das gedacht. Nichtsdestotrotz haben wir ja in den vergangenen Jahren auch gelernt, man soll sich vorbereiten auf das Undenkbare zum Beispiel, was ja nicht immer einfach ist. Wie können Unternehmen sich darauf vorbereiten, auf einen möglichen Wiedereinzug ins Weiße Haus? Ja, nur ganz begrenzt, denn es herrscht maximale Unberechenbarkeit. Das liegt nicht nur an Trump selbst, sondern auch daran, dass er sofort Ministerposten mit Loyalisten, mit ganz Extremen besetzen wird, den gesamten Beamtenapparat vorhat auszutauschen. Er hat gesagt, er möchte Diktator sein für einen Tag. Er hat in der Vergangenheit auch gesagt, er möchte die Verfassung außer Kraft setzen. Also da kann er am ersten Tag sozusagen die politischen und geopolitischen Pole alle umdrehen. Und es ist sehr schwierig, sich darauf einzustellen, was können CEOs machen. Sie können versuchen, Szenarioanalysen zu schaffen, Wahrscheinlichkeiten zuzurechnen, sich zu diversifizieren und vor allen Dingen auf der operativen, auf der B-Ebene Kontakte zu halten, um nah an den Informationen zu sein und darauf vielleicht ein bisschen beeinflussen zu können. Nun würden ja manche vielleicht sagen, ja, aber wir haben ja das Checks- und Balances-System in den USA. Wie viel Puffer bietet das letztendlich? Dass es nur geringgradigen Puffer bietet, das haben wir bei der letzten Wahl gesehen und auch bei der Amtszeit von Donald Trump. Checks und Balances, Kontrollmechanismen sind immer nur so gut wie die Menschen, die sie betätigen. Und wenn die alle mit Loyalisten besetzt sind, es gibt viele Posten in den USA, die müssen nicht bestätigt werden vom Kongress. Und da hat Trump und seine Gang, haben da schon ganz konkrete Pläne, wie sie diese Posten besetzen wollen. Und das ist extrem besorgniserregend. Ich denke, wenn man in die Zukunft denkt, darf man hier keine Tabus haben. Das kann nicht sein, das macht er nicht, das wird nicht möglich sein. Man muss wirklich in alle Richtungen das weiter und zu Ende denken. Nun habe ich den Eindruck, dass die US-amerikanischen CEOs sich einen Hauch entspannter äußern als jetzt zum Beispiel Unternehmensverantwortliche in Europa. Deckt sich das mit deiner Wahrnehmung und wie erklärst du dir das? Ja, das sehe ich auch so. Das liegt natürlich daran, dass die größten Nachteile CEOs aus dem Ausland haben werden, also aus US-Sicht. Sie werden mit Sicherheit benachteiligt werden. Donald Trump hat schon angekündigt, dass er 10-prozentige Strafzölle erlassen möchte. Er kann Handelsbeschränkungen erlassen. Und wer nicht nach seiner Pfeife tanzt, der bekommt das zu spüren. Europa ist nicht in einer starken Verhandlungsposition, weil es wirtschaftlich schwach ist. Aber auch für US-CEOs kann es sehr schwierig werden. Wer da nicht auf seiner Welle reitet, also wenn es um Nachhaltigkeit geht, um politische Korrektheit, wer da nicht komplett umschwenkt, der kann auch Nachteile erleiden. Und es kann auch sein, dass Donald Trump nach seinem großen Vorbild Putin versucht, eine Oligarchenwirtschaft einzurichten. Wo Leute wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk, wo die ihr Vermögen behalten dürfen, wenn sie denn einen Teil ihres Geldes und ihrer Macht an Donald Trump und seine Familie abtreten. Also auch da ist nichts unmöglich. Sandra Nawidi mit eindeutigen Warnungen. Sandra, ich bin mir sicher, wir werden noch oft über diese Thematik sprechen in den kommenden Monaten. Ich freue mich drauf. Danke. Und damit zurück nach Köln. Danke.